Stimmt, hast du auch wieder recht. Vielleicht können wir die restlichen 2800 auch... Wolltest du's los? Nichts zugehen. Jetzt wird mir jetzt aber langsam zu bunt hier mit euch. Siehst du, jetzt wird es nämlich dem Herrn Ludwig zu bunt. Jetzt wird es dem Herrn Ludwig zu bunt. Oh Gott, seid ihr lustig. Ja, stimmt, hast du auch wieder recht. Vielleicht können wir die restlichen 2800... Jetzt wird's mir aber langsam zu bunt hier mit euch. Siehst du, jetzt wird es dem Herrn Ludwig nämlich zu bunt. Jetzt wird es dem Herrn Ludwig nämlich auch auf die Grenzen mischt. Mach weiter, mach weiter, mach weiter, scheiße. Da dreht sich... Aber vielleicht redet sie da nicht mehr so schlecht über den Beauty-Salon. Hm. Voll. Ich wusste schon, bevor ich angefangen habe, dass du hängen wirst. Ja, auch das. Jetzt wird es dem Herrn Ludwig zu bunt. Wie bitte? Da sind vier Worte auf einmal. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, bitte, gib mir einen Tipp. Das wäre super, wenn die in der Gruppe schon gelacht würden. Und dann noch ein bisschen. Und dann noch mal ein bisschen. Und dann noch mal ein bisschen. Das ist besser. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Ich bin noch nicht. Ja. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Ich bin noch mal nicht. Das ist alles klar. Dann alles klar. Vielen Dank.